Mein Name ist Frams Benjamin, ich bin 22 Jahre alt, ledig und ich komme aus der Stadt Salzburg. Als kleiner Bub bin ich schon mit dem Bus mitgefahren und habe mir gedacht, eines Tages sitze ich hinter dem Lenkrad und genau das habe ich jetzt machen können und da bin ich wirklich stolz drauf. Ich habe eine Ausbildung zum Steuerassistenten am Finanzamt Salzburg gemacht und es war eine sehr spannende Zeit, aber ich habe mir gedacht, nein, ich muss jetzt einfach etwas anderes machen. Ich gehe raus aus dem ganzen Trott, aus dem Büroalltag, aus dem Aktengewälze, Zahlen jonglieren und ich habe mir gedacht, jetzt packe ich etwas Neues an. Es ist ein abwechslungsreicher Beruf, man siegt sehr viel, man lernt sehr viel neue Leute kennen, es ist jeden Tag etwas anderes, jede Runde ist anders, es ist ein klasses Kollegium, man darf mit den modernsten Fahrzeugen fahren und man verdient auch gut. Eine ganz nette Geste war von einer älteren Dame, auf die habe ich noch gewartet und die hat sich total gefreut und dann hat sie mir zum Dank eine Tafel Schokolade geschenkt und war wirklich hoch erfreut über das Ganze. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.